Eine Variante des Unterarmstützes. Falls euch normale Unterarmstützvarianten zu leicht sind, dafür geht ihr in den Unterarmstütz. Positioniert euch ganz normal. Rücken ist gerade, Hintern ist angespannt, Bauch ist angespannt, Kopf bleibt weitestgehend neutral in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt schiebt ihr euren Oberkörper nach vorne und nach hinten. Ihr könnt auch noch ein Stück nach vorne gehen mit den Unterarmen. Dann wird vor allem das nach hinten schieben deutlich anstrengender. Langsam und kontrolliert. Achtet auf eine neutrale Wirbelsäulenposition. Je weiter ihr nach vorne geht, desto anstrengender wird es.